Hallo, heute möchte ich mit dir eine Ravioli herstellen mit einer Salbei-Füllung und einer Salbei-Butter als Soße. Für den Ravioli-Teig brauchen wir 300 Gramm Mehl und 200 Milliliter Wasser. Für die Füllung, die Salbei-Füllung, Bio-Zitrone, ein Ei, Salbei, Bricotta, Knoblauch, Parmesan. Für das Öl hinterher brauchen wir Olivenöl, Butter, Salbei. Ich nehme jetzt die 300 Gramm Mehl, fülle 200 Milliliter Wasser dazu und fange jetzt an, das zu mischen und zu kneten. Falls der Teig noch zu feucht ist, ruhig, immer wieder ein bisschen Mehl dazu, er muss sehr trocken sein. Jetzt müssen wir es so lange kneten, bis es eine schöne homogene Masse wird. Das dauert ungefähr 10 Minuten. Jetzt haben wir den Teig so ungefähr 10 Minuten geknetet. Jetzt sieht man, dass er eine schöne Masse geworden ist. Jetzt packe ich den in eine Frischhaltefolie. Dann kommt er eine Stunde in den Kühlschrank. In der Zeit haben wir dann die Zeit, die Füllung zu machen und die Soße vorzubereiten. Bis gleich. Ich bereite jetzt den Parmesan vor, dass ich ihn gleich reiben kann. Den Rand schneide ich ab und tue ihn weg. Mit der alten Parmesanreibe kann man den Parmesan schön klein reiben. Die Bio-Zitrone, da reißen wir jetzt die Zesten runter, die Außenhaut mit diesem Zestenreißer. Funktioniert hervorragend, wenn man das sieht. Und anschließend hacke ich diese Zesten klein, um sie in der Soße zu verwenden. Jetzt hacken wir den Salbei klein für die Füllung. Ich habe jetzt die Bio-Zitrone in der Mitte durchgeschnitten und presse sie jetzt aus, weil ich den Saft hinterher zum Abschmecken brauche. Den anderen Saft bewahre ich mir auf und benutze ihn für andere Essen. Als kleine, ja wie soll man sagen, Nebensache mit der Zitrone, ich packe sie gerne mit in die Spülmaschine rein. Dann riecht die Spülmaschine frisch und randlich. Wir fangen jetzt an die Füllung fertig zu machen. Wir nehmen das Ricotta, danach kommt das Ei dazu, dann die Zesten, ein Großteil, der Salbei der fein gehackte, Parmesan und jetzt pressen. Und dann messen wir noch die beiden Knoblauchstücke dazu. Wir vermischen das Ganze. Wir rüten es ein wenig mit Salz. Am Pfeffer. Und mit ein wenig Zitronensaft. Zwischen wir es wieder. Das muss schon ein bisschen Geschmack haben. Perfekt. Dies ist jetzt der Teig aus dem Kühlschrank, der eine Stunde gegangen ist. Dann habe ich hier die Nudelmaschine. Stell ihn erstmal auf Null, auf Anfang. Und fange an, den Teig da einfach mal durchzudrehen. Ich mache das Ganze dann auch um zwei Stufenweise dünner. Jetzt auf die Stufe 6. Um mir das Leben hierbei zu erleichtern, nehme ich gerne etwas Mehl. Das hilft gewaltig beim Nichtkleben. Den Teig ist jetzt in Stufe 7 einmal durchgewalzt. Jetzt nehme ich ein Glas und steche meine Ravioli da aus. Ich nehme jetzt meine ausgesteckten Ravioli raus. Passe immer wieder auf, dass ein bisschen Mehl dran ist. Nicht zu viel. Nicht, dass es eine Mehlschlacht wird. Hier haben wir den Ravioli-Teig. In der Zeit, wo der Kühlschrank war, haben wir ja die Füllung gemacht. Unsere Cotter, Salbei, Zitrone. Und das klappe ich jetzt einfach halb zu. Und drücke den Rand schön mit der Gabel fest zusammen. Auch hier stellt man fest, wenn man nicht genug Mehl dazwischen hat, klebt das. Und schon haben wir eine fertige Ravioli. Und in der Zeit, jetzt packe ich die Salbeleiblätter rein, damit die Soße auch gleich nach Salbei schmeckt. Und man auch die Salbeiblätter schön fritriert essen kann. Man sieht jetzt, dass es sehr heiß gewesen ist, weil es wird auch bräunlich und da heißt es auch Nussbutter. Hier sind jetzt die Salbeleiblätter. Und jetzt fange ich an, mit der Schöpfkelle die Nudeln ins kochende Wasser zu tun. Da kommen sie vier Minuten rein. Und dann sind sie gar und wir können anrichten. Die Salbeiblätter habe ich jetzt ausgemacht. Die Küche sieht aus wie Sau. Ich habe sie nicht zwischendurch geschafft, sauber zu machen. Ich werde sie jetzt aber anrichten. Wir haben die Nudeln, die Ravioli gekocht. Und wie gesagt, in ganz einfachen, normalen, heißen Wasser, Salzwasser. Ich nehme auch Salz, also kommt einiges in Salz rein. Dann lasse ich die im Keller ein wenig abtropfen. Und packe sie auf den Teller. Wie man sieht, wie gesagt, schön abtropfen lassen. Jetzt kommt drauf an, wer mit am Tisch ist, wie viel Hunger derjenige hat. Aber man kann es auch als Vorspeise machen. Jetzt nehme ich die Nussbutter dazu mit dem Salbei, den filtrierten Salbei. Guck, dass da auch die Salbeblätter mit drauf kommen. Denn eine Sache liebe ich wirklich sehr gerne und das ist Salbei. Dann ganiere ich das noch ein bisschen mit Parmesan. Und noch ein paar Zitronenzesten. Und fertig ist das Gericht. Die Salbei-Ravioli mit der Salbei-Sauce dazu. Und ich bin schon richtig, ich habe Hunger. Tut mir leid, dass ihr nicht mitessen könnt. Tschüss. Button-AppuiHui. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020